Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Industriegigant 4.0. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen uns hier unsere schöne kleine Stadt aufzubauen. Und ja, wir haben die ersten, sagen wir mal, die ersten T-Shirts liefern wir. Und haben das ein bisschen angepasst wegen der Produktion. Habe ich hier falsch gemacht? Warte mal. Warum produzierst du jetzt 250? Warum darf ich die Effizienz nicht hochdrehen? Was? Das ist ja voll doof. Das ist die Hälfte, die ich hier brauche. Das würde ich dann hier aber auch bitte machen können. Und dann kann ich das hier auch wieder machen. Das passt nicht schon. Wir müssen die Hälfte von Klamotten produzieren, wie wir Garn herstellen. Weil ansonsten geht das hier nicht, sagen wir mal, gut aus. Wir haben 400 Klamottenauflage. Die müssen doch eigentlich auch abgeholt werden, oder? Hast du überhaupt schon mal Gewinn gemacht dieses Jahr? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Habe ich eine Klamottenlinie? Ja. Die sollte eigentlich 2000 pro Jahr liefern, aber kann sie gar nicht. Ist hier irgendwas im Depot zugewiesen für Linie 3, müsste das sein. Hier wird auch Gemüse zugewiesen. Auch Baumwolle. Interessant. Wie war das, wenn ich jetzt hier reingucke? 1 zu 1. Bedeutet, ich kann so 1000 produzieren, wenn ich nochmal 2 mache. Ich bin gerade beim überlegen, wie wir am schlauesten sozusagen die Industrie hochfahren. Aber am schlauesten wahrscheinlich, indem ich einfach nochmal hier eine Fabrik hinstelle. Eine Landwirtschaft. Die auch mit der Straße anschließe. Und ich drücke jedes Mal die falschen Tasten. Und dann nehmen wir dich hier. Liebe Produktion. Und schmeißen hier an den Rand Felder. Und setzen sich erstmal auf Baumwolle. Und zwar so, dass wir das sehr gut reinkriegen. Das funktioniert nicht. Übernehmen. Gut. Weil dann kann ich hier nochmal. Das kann 3000 produzieren. Wenn ich das dann austrete, mache ich hier halt. Alles wieder vereint. Und mache hier textilbe Kleidung und setze dich aber auf 1500 runter. Aus dem simplen Grund, dass wir dann das Ganze so halten können. Dann machen wir noch eine neue LKW-Route. Haltestellen von dir nach hier für Baumwolle. Und übernehmen. Mit 3000 sollte das ganz gut gehen. Weil wir produzieren natürlich jetzt hier 1000, 1500 sogar. Dann machen wir das doch auch hier. Dann produzieren wir allein hier 3000. Und hier drüben tun wir in der Position 1000 produzieren. Das sind 4000. Okay, vielleicht sollte ich dann hier speichern gehen und doch die Produktion hier wieder runterdrehen. Weil sonst sei viel zu viel. Wir machen 1100, dann haben wir ein Lager. Aber es sollte schon mal helfen, unsere Produktion ein bisschen auszugleichen. Und vielleicht an die gewünschte Verkaufszahl hier ranzukommen. Der Lebensmittelmarkt läuft ja hier echt schon super. Frisch. Kann ich hier vielleicht auch sagen, dass nicht mehr frische Sachen nicht mehr geliefert werden? Schau mal, die Rating ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Das finde ich ungut. Warum ist das hier stale? Warum ist da so viel stale? Ist hier irgendwas? Nö, das Lager ist frisch. Zustand ist stale. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum ist da stale der Zustand? Das tut wahrscheinlich unser Rating gerade runterziehen, nämlich auch. Bewertung der Produktqualität. Gut, jetzt sollten wir aber dann mit der hoffentlichen Lagerproduktion hier gleich beginnen können. Ne, komm. Production. Oh ja, das dauert noch ein bisschen. Dann kriegen wir halt eine größere Menge einfach her. Wie viel liefere ich hier? Produziere ich hier 2.200. Da fähig eine Linie eingeführt. Ich muss nur hier auf zwei Zahl erhöhen noch, sonst funktioniert das nicht. Übernehmen. Ah ja, und du sollst auch wieder nur liefern, liebe Linie. Linie und zwar wieder im Frühling und im Herbst, weil ansonsten... Wir kaufen auch schon mal ein paar neue Fahrzeuge. Kaufen. Depot 1 kriegt die jetzt hier und davon hätte ich gern 10 Stück oder so. Unterschreiben. Dann haben wir eine größere Menge und wir müssen nicht nur mit den Kleinen fahren, sondern die Kollegen können hier auch mit den Großen fahren. So, wir haben hier 1000 Klamotten auf Lager. Die müssten doch geliefert werden, oder? Haltestelle ist nicht erreichbar. Oh. Ja, da kann ich dann machen, was ich will, wenn die gar nicht da hinkommen. Huch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Laden ist allgemein irgendwie blöd platziert, kann das sein? Warte. Mode klein. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich der Linie nochmal Neues zusagen. 2000 habe ich da drin gehabt. Übernehmen. Jetzt werden wir die erste Kleidung verkaufen. Haha. Haha. Da war gar nichts angeschlossen. So schaut das Problem aus. Na, jetzt ist alles fresh wieder. Jetzt ist alles wieder fresh. Ach, schau mal. Der Ort wächst auch schon langsam. Du siehst sogar, wie er langsam wächst. Wie schaut es mit Palm Beach mit Bedarf von Nahrung aus? 5.800 mittlerweile. Huf, huuf, 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 huuf. Kann ich dann vielleicht... Vielleicht wäre es dann gar nicht schlecht, wenn wir einen großen Supermarkt langsam anführen. Oder kann er das noch händeln? Unser kleiner Freund hier. 5.500 müssen wir jetzt pro Jahr liefern. 5.500. Wenn wir 5.500 pro Jahr liefern wollen, dann müssen wir 2.750 pro Feld produzieren. 5.500 kriege ich das jetzt hin? 2.67 machen wir dann hier auch fest. Und übernehmen. Dann erhöhen wir nicht die Produktion schon mal, dann können wir damit mehr liefern. Das heißt, wir setzen hier auf 2.700 fest, dass er liefern soll. Dann sollte das auch ganz gut sein. Wie schaut es mit unserem Depot aus? Ja, die neuen LKWs sind da. Super. Ich würde die alten gerne verkaufen. Make 1 Million Profit. Das ist doch schön. Das höre ich doch gerne. Jetzt haben wir nur noch große LKWs. 13.4. Du weißt, nicht genug. Wir haben genug LKWs jetzt auf Lager, mein Freund. Ich sag der Linie auch. Jetzt, hey. Du darfst auch die hier verwenden. Weil sie nur mit den Anhängern mit Aufflieger. Müssten wir hier zum Beispiel gehen können. Nö, nö, nö. Nö, nö. Wir fahren geradeaus. Einmal mal mitlaufen mit unseren Kollegen hier. Und zack. Jetzt wird er befüllt. Mit was bist du befüllt? Mit zwei. 100 schönen frischen Obst. Frischem Obst. Yep. 1 Million Profit. Die liefern das natürlich jetzt an den Supermarkt. Und dann fährt er wieder heim. Wie schaut's mit den Lagern hier aus? Das ist nicht genau die Sache. Die Lager werden jetzt gleich relativ kritisch bei dem Ding hier. Und da bin ich nicht beim überlegen, ob wir das Ganze auf einem neuen Supermarkt upgraden. Aber unsere Ortschaft wächst. Und das ist schön zu sehen. Mittlerweile ein 6.000er Bedarf. Holy shit. Okay. 6.200. Also komm jetzt an die Grenze, was meine Felder machen können überhaupt. Wir bräuchten auch schon Klamotten. 4.000. Oh, der macht richtig. Uff, der macht gerade richtig. Uff, der macht gerade richtig plus. Lager überfüllt. Okay, jetzt haben wir genau das Problem. Bedeutet, wir werden den Supermarkt jetzt erbänden. Ein Lebensmittelmittel wird jetzt hier errichtet dann. Und ab sofort soll diese Essensroute hier hingehen mit 6.200. Und weißt du, wir tun noch einen zweiten Stopp hier einführen. Und dann abbrechen. Warte mal. Kann ich das noch für eine Zeit machen und sagen, hier werden 1.000 hingeliefert? Und wir sagen, wir machen minus 5.000 und minus 1.000. Und übernehmen. Dann sollte der nicht in Zukunft auch Profit für uns schreiben. Aber das ist ja mal... Oh, lukativ, du. Produktion liegt bei 3.000 aktuell. Weißt du was? Wir tun jetzt hier noch Felder hinpoppen, wo ich kann. Dann wird das unsere einzige Baumwollproduktion. Und wir kranken die komplett hoch. Und zwar alle. Bedeutet, wir machen pro Jahr hier alleine 4.500. Und wir kranken die hier drüben auch ab. Bedeutet, wir machen insgesamt 6.000. Bedeutet, wir können noch eine Produktion hinzukaufen für weitere Textilien, die wir auch abkranken zu 3.000. Und übernehmen. Dann müssen wir unsere Linien bloß hier einmal, die Linie 3, die hier bis jetzt 4.500 liefert. Ich tue das ein bisschen höher kranken einfach. Und du da drüben produzierst ja 1.500, ne? Bedeutet, dich hier 1.600, weil dann wird immer das Lager mitgeleert sonst. Und ab sofort werden hier Massen an Baumwolle ausgeliefert. Wenn soweit ist. Und die Produktion hier kann auf 3.000 steigen. Und damit sollten wir doch relativ gut eigentlich auch zum Beispiel Palma Beach schon dann versorgen können damit. Schauen wir mal, wie Palma Beach wächst schon. Nice. Und wir decken noch gar nicht mal so viel ab eigentlich, ne? Wir machen das ja ganz ruhig jetzt. Ich brauche schon 1.300 Schuhe eigentlich. Jetzt wollen es schon 4.000 werden. Alter, das wächst wie blöd. Das ist ja Wahnsinn. Er liefert und liefert dann zum zweiten auch noch. Er macht auch schon Gewinn ohne Ende. Ja, easy. Schau mal. Ein Jahr. Die Einnahmen liegen bei 12 Millionen. Mode macht 10 Millionen. Lebensmittel nur eine Million. Da siehst du mal den Unterschied. Also die Mode wird uns richtig rausreißen. Mode wird übel. Mode wird richtig übel. Aber sie wollen ja auch jetzt Holzwerkzeuge, wie ich es gesehen habe, ne? In der Werkzeugfabrik brauche ich nicht dafür. Also ich werde wahrscheinlich eh als erstes jetzt noch einen Holzfäller bauen, der mir dann mit Zug, da wird unser erster Zug in den Einsatz kommen. ähm, Sachen zu einem Sägewerk liefert. Das ist die Textilfabrik. Wir bräuchten rein theoretisch Stich, ja. Das ist eine Werkzeugfabrik. Das ist eine Ölquelle. Ich glaube, in der Chemiefabrik konnte man die Gummibänder machen. Yes. Und dafür brauche ich gleich dann Öl. Bedeutet, Schuhe sind ein ganz heikles Thema. Guck mal, ich helfe mal kurz der City, indem ich hier die Straße fertig baue. Und natürlich, wenn es hier gerade noch möglich ist, dann stecken wir doch das hier auch gleich an. Oh, jetzt habe ich das Haus. Entschuldigung. Ah, das ist ja sozusagen nur eine Verbindungsstrecke für mich. Wenn du es am Ende so siehst, weil das bedeutet, sie kommen besser in die Nähe von meinen Sachen. Alter, wenn das alles nur mit einem blöden Laden müssen jetzt, ne? Das ist... Dass die noch keinen anderen Nahrungsbedarf haben, finde ich wahnsinnig. Die wollen nur frische, unverpackte Lebensmittel. Und halt die Kleidung. Aber die Kleidung läuft eh gleich ganz gut. Das Lager ist relativ voll. Wie schaut dein Lager aus? Das ist leer. Dann werden wir den nicht jetzt aus der Linie rausschmeißen. Übernehmen. Ab sofort fahren sie nicht mehr zu dem Laden. Und du bist eh schon leer, ne? Es tut mir leid, mein Freund, aber du bist jetzt Geschichte. Wir werden an deiner Stelle den ersten Baumarkt errichten. Wo ist der erste Baumarkt? Wir brauchen Heimdekoration. Nein, wir brauchen den ersten Baumarkt. Den ersten kleinen Stadtbaumarkt. Jawoll! Wir brauchen hier ein Waldgebiet. Warte mal. Hier ist ein schönes Waldgebiet. Das Depot wird hier platziert. Das Schienendepot. So, okay. Ich setze mal wieder auf normale Zeit. Dann können wir uns besser mit dem Ganzen beschäftigen. Als nächstes brauche ich dann meine Holzfällerei. Dies ganz hier oben dann. Dann brauchen wir gleich noch eine Wo ist es? Ein Sägewerk. Und das Sägewerk Setze ich erst mal hier hin. Gibt auch direkt einen Straßenanschluss. Dann müssen wir hier oben natürlich auch gleich sagen Hey Sharon ich brauche eine Produktionslinie für Holz auswählen. Du machst mir 4.500 pro Jahr. Du musst mir bitte Holzspäne produzieren. Ich mache es mir 4.000 pro Jahr. Ich setze dich runter. Produktion auf erst mal 1.500 pro Jahr. 1.520 pro Jahr. Und jetzt bauen wir schnell die ersten Schienen. Oh, das leckt ja. Oh, das leckt. Oh, das leckt. Komm, das können wir uns leisten. Und jetzt müssen wir das Depot noch anschließen. So, das ist jetzt angeschlossen, das Depot. Das tue ich aber alle drei Schienen gleich mal anschließen. Gut, das ist dann hier angeschlossen, gut. Dann müssen wir einen Zug kaufen, Fahrzeuge. Verträge kaufen. Und einmal für das Zugdepot 1 hätte ich gerne einen 8er Zug. Fünf Stück, 30 Tage Lieferzeit. Kostet mich 2 Millionen. Super. Und dann legen wir unsere erste Zuglinie fest vom Zugdepot 1 von hier nach hier unten. Holz bitte. Legen wir auf 2.000 fest. Und übernehmen. Warum bist du auf 4.000 festgelegt? Achso, ich hab dich gleich nicht umgestellt. Ich lege dich auf eine Produktion von 2.000 fest. Es legt nicht unsere Gesamtproduktionskosten runter. Und dann legen wir noch eine Lkw-Linie fest. Natürlich vom Lkw-Depot aus von hier zum Baumarkt für Holzspäne. Und da legen wir Holzspäne fest. Und gehen auf Übernehmen. Die Frage ist, ob man sozusagen hier ein Depot hinlegt und von dort aus Späne in die anderen Städte schon bringt. Weil die haben auch Bedürfnisse nach Spänen. Würde sich eine Tausenderproduktion auslohnen. Obwohl ich glaube auch, dass wir sozusagen... Ich setze die ganze Produktion hier auch auf 1.000 runter. Fertig. 1.100 oder so. Der Aufwand der ersten ist natürlich massiv, aber das wird schon noch. Ja, die ersten wollen schon laden gehen. Wie geht's eigentlich mit unserem Freund hier? Schaut doch soweit ganz gut aus. Oder warten die gerade auf? Ich glaube, die warten gerade auf ein bisschen was. Ja, es ist bald wieder soweit, dass wir wieder ein Lager kriegen. Ich glaube, das geht viel zu schnell leer. Wie schaut's hier aus? Lager. Immer gut gefüllt. Wie schaust du aus? Ihr Lager leer. Aber warum? Bedarf ist bei 4.600. Wie viel liefert er? 4.600 legen wir mal fest. Gut. Und gehen auf Übernehmen. Dann sollte jetzt da mehr Klamotten reinkommen. Dann sollte man noch einen größeren Profit schlagen können. Aber ich fahre ja schon bei den ersten Züge fahren. Oh, der erste Zug ist auch schon unterwegs. Guck an. Er fährt mit 165 Holz. Ist ja fast schon frustrierend, du. Schauen wir uns doch gleich an wegen diesen Holzwerkzeugen, was wir dafür noch brauchen. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr draus machen. Dann kann ich ja vielleicht sozusagen aus den Brettern... Warte mal, ich produziere gerade Bretter. Der ist schon ganz falsch. Warte mal. Ich wollte Holzspäne machen. Und da auch bitte nur 1000. Du hast ja eine erste Lieferung erhalten. Yay. Gut, jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir brauchen für die Produktioners von Werkzeugen. Eine Werkzeugfabrik. Die darf nur in Schwerindustrie gebaut werden. Okay. Das ist jetzt sozusagen die erste Schwerindustrie. Die Produktion. Ach ja, er braucht Werkzeug. Also er braucht Holz. Bedeutet, wir können... Speichern. Wie viel brauchen wir hier an Werkzeug für Palma Beach? Bedarf 1100. Also erstens ist der Bedarf gerade auf 600 gestiegen. Das ist natürlich super. Auf der anderen Seite brauchen sie Werkzeug vom Bedarf her 1400. Bedeutet, wir legen die Produktion hier auf 1500 fest. 1500. Dann lege ich hier noch eine Produktion von Brettern an. Auch für 1520. Übernehmen das. Und dann brauchen wir 2250 Bäume pro Minute. Produktion. 2600, sagen wir uns mal. Übernehmen. Dann kann die Linie 2700 liefern. Und jetzt brauchen wir noch eine Straßenverbindung für den Kollegen. Ich schaff's da unten durch. Ich sag's euch. Aha. Das verbindet einmal direkt so. Und einmal geht hier eine Straße direkt nach da vorne. So. Nice. Und dann können wir jetzt noch eine Linie errichten. Eine LKW-Linie. Vom Depot 1 aus. Von der Sägemühle hier hin. Für Bretter. Es war halt 1600, glaube ich, habe ich gesagt. Übernehmen. Oder 1600. Naja, 1000. Bisschen weniger, aber. Genau. Und dann brauchen wir noch eine LKW-Linie. Den sind in Zukunft von hier zum Baumarkt jährlich Holzwerkzeuge 1600 liefert. Übernehmen. Und schon haben wir noch eine Produktion eingebaut. Nicht genügend Fahrzeuge im Depot. Dann kaufen wir noch ein paar von den guten. Nein, ich zuck die Po. Depot 1. Holen wir uns gleich mal 20 oder so. Und die bitte doch in den nächsten 18 Tagen unterschreiben. Dann sollte sich das Problem zu. Konnte nicht. Warum konnte er nicht laden? Also erstens müsste der hier mittlerweile schon die ersten Verkäufe machen. Super. Das ist grandios. Wir haben die ersten Verkäufe hier und die Stadt müsste weiter wachsen, oder? Der Bedarf ist bei 7000 mittlerweile. Bei 50 Trucks. So, jetzt gehen die ganzen LKWs hier raus aus dem System. Mittlerweile geht's rund. Wie viel hat er auf Lager? 600. Halb voller Zug. Super. Fehlendes Produkt Holz. Ja, das kommt noch. Keine Sorge. Aber im Grunde bauen wir gerade unsere ganze Produktion schön aus. Wir haben mittlerweile ein Quartalsergebnis von 4 Millionen. Was natürlich super ist. Das geht schon sehr nah an die 35 Millionen dran. Das ist, also klar, der Abstand ist noch groß. Aber wir fangen ja auch erst an. Und trotzdem haben wir so ein gutes Quartalsbericht bereits. Das lässt sich sehen. Das lässt sich sehen auf jeden Fall. Unsere Systeme liefern auch schon ganz viel an. Die ersten Holzwerkzeuge wurden auch schon angeliefert. Was natürlich bedeutet, die Quartalsberichte werden weiter steigen. Unsere Textilverkäufe sind auch der Wahnsinn. Plus unser Lebensmittelverkauf ist natürlich noch genialer. Der hat mittlerweile fast 5 Sterne. Er hier liegt bei seinen 3 Sternen, aber nicht weil wir genug liefern. Und er hier liegt auch bei 5 Sternen aktuell und macht guten Umsatz. Insgesamt haben wir dieses Jahr einen Gewinn von 1, irgendwas Millionen gerade gemacht. Wenn wir schauen, schauen wir mal letztes Jahr an. Ups, ne, 56. Quartal. Schauen wir mal dieses Quartal mal an. Letztes Quartal mal an 1,9 Millionen pro Quartal plus. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Zahl. Und ihr seht schon, wir sind wieder bei 40 Millionen mittlerweile. Wir kommen gut voran. Und ich glaube, wir können bald Richtung Schuhe schauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben. Da abonniert werden. Und schreibt Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und was für Ideen ihr hättet, was wir als nächstes vielleicht angehen sollten. Ob wir uns von der Stadt schon mal wegbewegen sollten. Eine Überlandsproduktion vielleicht sogar beginnen sollen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, bis dann. Ciao.